So ein iPhone-Roset ist schnell erledigt. Es gibt ja bei jedem iPhone hier oben den Ein-Ausschalter und den Homebutton. Zum Resetten einfach Homebutton und Ein-Ausschalter gleichzeitig gedrückt halten. Und zwar so lange, bis das Apple-Logo erscheint. Zack, da ist es. Dann beide Tasten wieder loslassen und das iPhone neu starten lassen. Fertig ist der Reset.